Frau Fischer und Herr Braschler, können Sie uns einmal sagen, wo dieses Bild aufgenommen worden ist und was die Geschichte dahinter ist? Für dieses Bild sind wir nach Kiribas geflogen. Man schreibt Kiribati, sagt aber Kiribas in ihrer Sprache. Das liegt im Südpazifik und zwar genau da, wo sich die Datumsgrenze und der Äquator treffen. Und die Problematik hier in Kiribas ist einerseits der steigende Meeresspiegel, aber das ist nicht das Schlimmste und da geht es um Millimeter, Zentimeter, sind die Stürme, die stärker werden, die Erosion ist größer, also dem trägt wirklich die Inseln ab. Sie werden versalzen, weil Salzwasser eindringt und die Leute sind jetzt gezwungen, sich langsam daran zu gewöhnen, dass sie auswandern müssen nach Australien, Neuseeland. Die Inseln sind nur 1,5 Meter hoch und man kann sich vorstellen, die Wellen, die schwappen dann ziemlich schnell über die ganze Insel.